Ahem, 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 ihr kennt mich, ich bin Shellsworth und der VfMacher, let's plays. Hab Bomberman 64 The Second Attack den ganzen Rotz bisher nochmal gemacht. Wer schlau ist und einmal ganz genau hinsieht, ich hab neue Schuhe. Die bekommt man im zweiten Bereich und da ist dann die Tür an der linken Seite offen. Damit verhindert man, dass man die Kick-Ability verliert. Gut, soviel dazu. Hier haben wir ja letztes Mal aufgehört mit Rearzocker, als uns das Game abgeschmiert ist. Jetzt hab ich den ganzen Rotz nochmal gemacht, was ja zum Glück kein Problem war und jetzt machen wir das Ding kaputt. Und das ist kein Problem. Es geht kaputt. So wie es sein soll. Das Leben, so wie es sein soll. Ne, das ist was anderes. Oh Gott. Yeah. Toll. Ich glaub, das Game ist ein bisschen leise. Ohne Momento. Das haben wir, das lässt sich ändern. Es lässt sich fehlen. Ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt schon... Ich mach noch einmal ein bisschen höher. So. Na, ich geh jetzt einfach mal davon aus, dass es so geht. Oh, Rookie fell. Ich glaub, er ist wirklich Rookie fell. Ah ja, was für ein Erwachen. Wow, was ist das Dune für ein Stein? Lass mich raten. Lichtstein? Nee. Wow. 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 Was war das? Alter. Das war ein wahrer... Oh Gott! Was? Miel... Miel... Was sind das für n Namen? Okay, es ist irgendwie zu sein aufgetaucht, irgendwas... But even if she was... Succeeded in... Using Lilith's body by... Gaining her power? What? Lilith... Power? Okay... She is too late... Soon I'll be... I'll be... Renewed... Renewed... With my body and reborn... And once I shall... And... Lee loved this universe in darkness... Der hat rote Augen... Und auf dem Bild hat er blaue Augen, das kapier ich nicht... So Bomberman has defeated Zeal... I'm being think... He might actually make it this far... Hm... No matter... Even if thus... He will not be able to prefer my victory... Still I hope he will be able to... Provide Sissy's Entertainment... Sag mal, wie lange redet der eigentlich mit sich selber? Come then... That's the good little Bomberman... Being the gentleman's stones to me... Alter, der redet echt... Der hat echt nichts zu tun... Der redet mit sich selber... Als wird's kein Morgen geben... Judy, der nächste Planet wäre... Natural Planet Neverland... Ich geh davon aus, dass wir da unseren guten alten Freund... Mystue Erde treffen werden... Aber ich geh jetzt mal zum Shop... Denn wer auch... Immer noch aufgepasst hat... Hat gesehen... Dass ich einen Haufen Kohle bekommen hab... Ich war... Ein sehr reicher Mensch... Jetzt bin ich nochmal erstmal... Ähm... Neun... Äh... Sehr nett, dass ihr mir sagt... Ich nehm nochmal was das hier... Was, already got this... Achso, danke... Bye... Und hierzu 10... Kaufe ich mir das? Natürlich... So... Jetzt könnt ihr mich alle mal... Was ist das? Keine Ahnung... Hm... B... Das ist leer... Das sind wieder diese... Teile von... Wir haben ein ganz ungutes Gefühl dabei... Gleich belastet es mir wieder die Ohren weg... Ich hab Angst... Okay, das sind Fragezeichen... Äh... Kimono... Panzer? Oh yeah... Tank Body... Das ist ein Body? Oh krass... Ich guck mich mal ein bisschen um... Achso, das hab ich nachher erst gar nicht... Hm... Slash Class... Mitnehmen... Ich kauf mir das jetzt einfach... High Wheels... Oh ja... High Heels... Ach nee, wie toll... Wie toll... Thanks to myself... Headgear... Kaufen... Okay, das war's... Und ich sag's einfach mal... Das war jetzt... Ich fang jetzt nicht den noch groß an... Ich wollte euch das zeigen, was gefehlt hat... Und der kommt als nächstes... Sad Job, Planet, Neverland... Bis dahin... Wünsche euch noch einen schönen Tag... Und viel Spaß... See ya, Leute... Ich vers灰... Ich versuche... Ich versuche... Ehe... Und... Ich versuche... Musik...